Ich muss mich verstecken. Zip, zip, zip. Okay. Kopfgeldiger ist noch immer unterwegs. Das heißt also, ich soll für Schutz sorgen. Ich flehe dich an. Bei mir bist du sicher. Okay, schauen wir mal. Scheiß, die Wanderer. Hey, hey, hey. Ah, da hinten ist er. So. Wo ist denn jetzt unser Kollege hingelaufen? Na. Stier. So. Quest. Kehre zu Schmied zurück. Warte mal. Ja, was ist Kassandra? Haben wir das jetzt so? Warte mal. Ah, das ist der Schmied. Okay. Okay, da gibt es nichts zum Bluten. Was ist das? Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Du bist eine echte Kriegerin. Eklat. Du leistest gute Arbeit. Hier, deine Belohnung. Ich mache keine halben Sachen. Okay, das ist ein Detail. Olivenholz. Sehr gut. Dann haben wir da... Oh, 735 XP. Sehr gut. Nice. So, haben wir da noch was? Das haben wir gerade geschlossen. Das. Verschwundene Karte. Ah, haben wir... Also. Hier sind die richtige Quests, ne? So. Nehmen die Quest. Verschwundene Karte. Das ist generell... Okay. General. Dann machen wir uns auf. Auf. Und geben die Quest ab. Ai, ai, ai. So. Ah, da drüben ist unser Schiff. Oh. Da war Baum. Mein Freund. Der ist tot. Nein. Da, 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 da. Da, 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 da. Sind denn das vier Ganofen wieder da vorne? Warte mal. Ah, yeah, 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 okay. Okay, 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 boah. Ach, du Scheiße. Sind so viele Ungustel unterwegs? Ja, lecko mio. Das sollte ich eigentlich alle ausdämpfen. Warte mal. Sind das Spatiaten oder sind das Feinde? Was ist denn da los? Hey, 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 hey. So. Yeah, wow. Alle auf mich oder wie? So. Was ist denn mit dir jetzt? Piss dich. Ich hab dir geholfen, weiter. Na. So. Du klein Junsch. Was ist da los, Alter? Hallo. Ich will den Scheiß-Quest abgeben. Hallo. Was ist denn da los? Hätten wir uns nicht einmischen sollen, oder? Oh Mann, Kopfgeldjäger ist auch hier. Mann, ne Fresse. Kollege Nussbaum. Gut, ich helfe euch nicht mehr dann, ne? Kannst du mir mal arschlecken. Ihr Striche. Wo ist denn da ein Gebüsch? Da. Ach du Scheiße, das ist zwar knapp. Finden wir noch früh genug. Bestätigt. Was? Was macht denn dir da? Schau mal. War da was zu sehen? Ich will nur noch die Quest abgeben. Was ist denn da? Au. Ah, okay. Da ist wieder unser Popcorn-Sound. So. Ai, ai, ai. Sind die jetzt wieder stärker worden? Ich weiß nicht, warte mal. An dem Feuer. Achso, da sind die neuner Stufe. Ja, was macht ihr bei meinem Quest-Auftraggeber? Ich meine, das wird sich verpissen hier. Oh, oh. Der ist ziemlich nah. Kopfgeldjäger ist wieder am Armat. Den könnte ich angreifen, aber... ...lieber nicht. So. Also, das merkt ihr, ne? Ich schalte immer von der Maus, ne? Auf Gamepad, ne? Dann schaut es so aus, ne? Mal so, Maus. Gamepad. Maus. Gamepad. Maus. Gamepad. Gamemaus. Gamemaus. So. Ja, ja, verpisst euch wieder. Ist euch beruhigt? Ja. Dann kann ich ja meine Quest abgeben. Hoffentlich. Aber wie ist es hier? Oh, aussieht... Ah, doch. Die Verlocke, ne? Nun, hast du den Verräter gefunden? Jo. Verräter sind euer kleinstes Problem. Der Dieb kam im Auftrag eines Söldners namens Hyrkanos. Hyrkanos. Wie oft muss ich den Namen noch hören? Seine Hände können das Gold der Athena schon nicht mehr tragen. Hast du die Tafel? Jo. Ich bin von der Tafel. Quest abgeschlossen. Ähm, und jetzt? Quest. Wann? Jo. Wo ist denn das denn, Digga? Ich mache dir keinen Stress, Alter, ne? Sonst muss ich euch alle ausratieren. Hoppala. Wer schreit denn da, hey? Warte mal. Kopfgeldjäger. Der muss irgendwo sein. Hier, ne? Kopfgeldjäger. Jagdhund. Okay. So, ich muss mir ein Boot suchen. Mit einem Hund. Das Boot ist auch angeleint. Äh, warte mal. Das haben wir ja einen Plan gehabt, oder? Dass wir... Uns... Warte mal. Ne. Warte mal. Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Hm. Ich gebe mal Nachrichten Tafel und dann klappen wir alles ab, ne? Alles nehmen, was da ansteht. Weil, so wachsen wir nur, ne? So. So. Annehmen. Eine Zeit, Quest. Das nehmen wir an. Das nehmen wir an. Schauen wir mal. Oder mal. Quest. So. Ah, sprich mit dem Musikern. Ja, mit dem, ja. Musikerin. Ah. Die Muse. Wo hat die Muse versteckt? Hey. Wo ist denn unser Schiff? Die sind wieder Stiften gegangen, die Gauner, ne? Okay. Warte mal. Ach, nö. Jetzt kommt der wieder. So. Scheiß Kopfgültiger. Ich hab jetzt keinen Bock, den zu killen. Ich muss mal zur Musikerin. Ihr kommt schon. Estrodos. Die. Ihr. Was? Wer hat denn die gekillt? Ja, Alter. Wo läufst denn hin? Hallo. Ich komm zur Bandprobe. So. Wo läuft die? Hallo. Was ist mit der? Hallo. Ich will mit dir reden. Labern. Doch. Alter. Oh, ist die anstrengende Frau. Ja. Ich bin wegen des Auftrags von der Tafel hier. Worum geht es? Mein Mann ist Soldat. Ein wahrer Spartaner. Er erzählt von seinen Schlachten und streicht mir über das Haar, während ich die Lürer spiele. Die Lürer? Das klingt nett. Da steigen wir drauf an, ne? So gut harmoniert es selten. Du bist bestimmt glücklich. Ich wollte ihm eine Harlock geschenken, aber das hier ist Sparta. Es dürfte ihm besser gefallen, wenn ich ihm den Tod eines Athena-Anführers widme. Wie romantisch. Es ist wahrhaftig ein Segen, verliebt zu sein. Also soll ich sie überbringen? Genau. Die Lieferung muss ankommen. Ohne Kratzer. Ich kümmere mich darum. Ist gut. Ich mache es. Bei Zeus. Ich danke dir. Alles erledigt. Was? Alles erledigt? Und das schon fertig oder was? Oder wie? Hä? Ich trage sie. Wo ist sie? Ich habe Stäbchen. Was? Oh Gott, du schnärfst Tom Pito. Oh Mann, da ist wieder der Lustige. Danke. Käfchen, du tisch. Danke. Dann muss ich die Flotte der Athena versenken? Ja, sie müssen alle sinken. Können wir uns einig werden? Ich will nichts sehen. Ich helfe dir. Du hast mein Wort. Danke. Das muss mit Sorgfalt erledigt werden. Kassandra. Alles erledigt. Kassinator. Kassandra. Hoppala. Jo, brauchst du das nur? Ich brauche ein bisschen einen Hammer, Kriegsstab. Jo. Er hat auch nichts dagegen, wenn ich was klaue. Sehr gut. Wo ist denn der? Ah, das stritt sich da hinter mir. So. Begrüße das Gemüse. Haben wir jetzt den überhaupt? Warte mal, die Quest. Warte mal. Ja. Wir bringen die Tasche. Oh. Geh weg da, Alter. Sonst dämpfe ich die aus. Ah, guck. Kassandra auf der Arbeit. Das ist keine Haut da. Ich weiß nicht, warte mal. Kassandra auf der Arbeit. Das ist keine Lechte. Hocken da. Warte mal. Ah, keine Ahnung. Viertelig sein. Wurscht. Auf wieder. Hopp, hopp. So. Ich mache das schon im Forest, oder? Ah, kommt für eins. Wir haben einen Kilometer zusammenbringt schon mittlerweile. Kling, kling, kling. Wuh. Durchsuchen. Wie. Kassi in den Tisch. Oh, wie mit die Wege. Stehlen. Was ist mit dem? Warte mal. Reden. Eine Musikerin meinte, du brauchst das hier. Ah ja. Ich habe mich schon gefragt, wann das eintreffen würde. Hier, deine Bezahlung. Ja. Nicht schlecht, ne? Und haben wir das. Warte mal. Haben wir das. Und 735 EP. XP oder auch so. Warte mal. Das haben wir schon geblündert alles. Nee, wieder rein. Rüber. Quest. So. Das haben wir ja schon, ne? Das ist die Hauptquest, ne? Oh, das ist eh. Die Welt. Da haben wir jetzt nichts. Feuer. Für Feuer und Sparta, ne? Warte mal. Das wird lustig. Der, 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 der Dings, ne? Der, der Möchelmörder da hinten, ne? Der geht mich schon am Arsch, ne? Warte mal. Komm her da. So. So. Da wir ja Dings, ne? Neuen Skill kriegt. Machen wir mehr Schaden. So. Strichern. So, gerne. Easy left, easy right, oi. Easy spread. Hey. Hey. So. Weglaufen. Vielleicht kann man ja überreden, ne? Heute lernst du Hades kennen. Und du Nightrider. Nein, nicht mit dir. Gehen auch mit dir. Irgendwann wirst du müde. Ich will mein Geld. Also werde ich dich finden. Was willst du mich? Ficken? Oh. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Das ist leicht verdient, das Geld. Hui. Jetzt hat er mich unterwegs. Jetzt habe ich dich. Gar nicht. Hui. Ab ins Gebüsch. Hab ich dich. Mit was? Mit meiner Kletterkunst? Doch, doch. Okay, der hat nicht so viel Leben. Das passt genau. Den Krallen wir uns jetzt, ne? Der möchte gern Kopfgeldjäger. Kammerrafta. Der muss uns wieder vergessen. Das wäre am besten. Ei, ei. So. Okay. Vorwärts. Ins Gebüsch. Okay. Er hat uns vergessen. Was ist denn da? Niederkloppen. So. Kollege. Gehörst mir. Durchsuchen. Meine Seele gehört mir. Segel mit mir. Und lass dieses Leben hinter dir. Ja. Rudikarell. So. Einen neuen Bogen hat er uns beschert. Inventar. Was haben wir da? Der new Bogen. Ja. Jetzt hat er new. Kriegerschaden. Jägerschaden. Was hat denn der da? Hatten da Schaden. Hatten da. Hatten da einen Giftschaden. Okay. Hm. Okay. Zurück. Schwertchen haben wir auch was. Hammer. Schiff. Neun Kollegen haben wir da. Rammschaden. Schwachstellererzeugung durch Sperre. Okay. Das schaut schon mal gut aus. Jetzt haben wir schon so viele. noch. Gang 9. Einer fehlt da noch. Besiegt. Angeholt. Was? Besiegt. Besiegt. Okay. Die haben wir noch gar nicht. Okay. Ja. Was gehen wir als nächstes an? Irgendwas mit Schiffe haben wir jetzt. Vor. Oh. Oh, die Sequest da. Für Feuer und Sparta. Wo ist das? Wo muss ich da hin? Verdammt. Schmied. Aber. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg hier hin. Hoppala. Ich glaube, mein Akku ist schon leer. Moment. So. Oh, ist der schwer. New Controller. So. Tempest, so. Oh, monstum begleitet. Nei. I ele. Kampchen, ele. Na, na. Prä, 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 prä. Vekta. Malaka. Das geht sogar aus, ne? Lauf mal schnell rüber. Hier sind wir. Etra. Los. Warte mal. Was gibt's da? Zwölf Dukaten. Äh, Drachman. Batman. Könnte einer von Stentors Grundschapfer sein. Geht aus, als hätte er Probleme. Willst du die Elende freibringen? Und wenn sie tot sind, weiß ich... Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Uuuuh. Uuuuh. Leute, warum ist das wirklich gewesen? Jetzt müssen wir ein bisschen aussteigen wegen dir. Leute, komm her jetzt. Das will ja nicht drauf sein, Leute. Vorher gebe ich nicht auf, Leute. So. Aus die Maus. So. Usch. Entschuldigung. Was hast du, du schönes Eingestecken für mich? Oh, einen Boot, Geld, Cash. Na, das schau einer an, ne? So. Erwin Meister, ey, komm nachher zu dir, ne? Ey, ich muss nur kurz da was machen. Ah, Pferdchen. So. Ist zwar nicht unser Pferdchen, aber, ja. Megara. Oder man. Die Metropolis Megara. Megara, ne? Mit Sicherheit finde ich hier den Anführer. Komm schon. Ah, runter. Auro. Checken wir mal die Lage. Hier. Oh, Mann. Ich sehe schon. Klack. 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 Plop. 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 Oh, Mann. Klack. Da ist, äh. Dann geht noch los. Dann, hier. Oh, Mann. Oh, Mann, Mann. Hier gibt es 40 Etchen, ne? Ai, ai, ai. Neuer Selt, ne? So, ok. Ich will jetzt dorthin. So. Wir müssen... So, oder? So. Ja, schick. Heimlicher Kill. So. Dann haben wir einen Buschen rein. So. Dann komm ich nicht mit. Los! Ach du Scheiße. Geh weg von mir. Gegner markieren mit... Icarus einsetzen. Nein, nein, nein. Wie meinen? Das ist also das Gesicht des Krieges. Ganz anders als es dir Geschichten erzählen. Icarus. Icarus. Schau, was du angeregt hast, Alter. Hier hat jemand ganz... was er tut. Hm. Ach du Scheiße. Ja, ich muss da hin. Oh. Oh. Müssen wir gleich killen, oder so. Ein Stückchen noch vor. Hier ist nichts zu sehen. Einfach weg. Die Spur ist noch frisch. Weiter. Wir kriegen dich, Mietklinge. Wie? Heathcliff? Wer ist Heathcliff? Scheiß, die wandern. Jetzt kackt das Spiel ab. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Selbe Stelle, gleiche Welle. So, da sind wir wieder. Nach dem kurzen Absturz. Und... Ja. Schau mal Icarus mäßig. Durch die Gegend. Tschak, tschak, tschak. Okay. Ave Maria. Da hinten ist er. Den müssen wir noch vernichten. Tak, tak. So. So, jetzt müssen wir den weg. Weg. Räumen. Schnell. So. So, schnell. Hau ruck. Okay. Nochmal Icarus. Okay, der ist alleine anscheinend. Was? Eh, hä? Okay. Was ist denn das? Schau mal einen hundlichen Typen an. Och ne. Das ist... Och ne, jetzt gehst du echt wieder drauf. Mal gucken. Ja. Das hier noch. Boah. Okay, haben wir es jetzt? Och, scheiße. Du entkommst mir nicht! Ja. Hm. Hm. Jetzt, jetzt reicht's mir aber schon, gell? Muss ich sagen. Ich brauche das zu überlegen! Also, sterf! So. Jetzt haben wir die Kopfgeldtäger, ne? Das ist schon lästig, ne? Ja. Der ist jetzt Stufe 11 schon. Der Striche. So. Da. Noch mal nen Plan angucken. Hm. Noch keiner da. Hm. Wild. Eigentlich nur nach hinten, da. Warte mal. Eigentlich. Warte mal. Da. Da ist das Dorfleben. Duftstraße ist so runter. Okay, warte mal. So durch. So, so, so. Schaut gut aus, ne? Außer der Typ da, ne? Den müssen wir dann ausschalten. Den da oben auch. Da. Warum? Ach. Ich kann nicht hochklettern. Dein Kopf kriegt weiter. So. Verpiss dich, alter. Geil. Und tschüss. Was der oben ist, ne? Hehehe. Geil. Oh, ist er vergiftet worden, hm? Oh, Pudela. Oh. Jetzt müssen wir fast runter wieder. So. Wo ist denn die abgestützt? Da unten, ne? So. Komm her. Da ist er. Das ist ein schönes Einstecken für mich. Das ist ein schönes Einstecken für mich. Dankeschön. So. Ricarus. Wir nehmen die Bude auseinander. Aus des Anführers. Pfff. So. So. Jetzt haben wir noch die Mauer. I got the power. Das ist mir ganz toll, ne? Ohh. Shit. Bei jedem. Oh. Das kann ich auch. Ah. Fick dich, alter. Ab ins Blumenbeet. Fred, komm mit ins Bett. Fred, komm du, Bett. Kein Pferd auf das Lied. Der liegt ja schon gut drin. Ach ne, jetzt ist schon wieder einer da. Dürrö, übrigens. So. Ein 14er ist das jetzt. Okay. Was ist denn da? Ach so, da hinten ist auch ein Lager. Super. Super. Okay. Warte mal. Bussi. Komm her. Mann. Die Hässe. Warte mal. Ach ne, jetzt hat ein Tiger dabei. Lass ihn raus, den Tiger. Scheisse. So. Ja, ich hab irgendwo am Magneten, ne, am Arsch. So. 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 Dann gibt's was leckeres. Sag mal. Wie gibt's denn so eigentlich Sachen? Rätsel haben wir auch hier, ne? Oh man, das ist die Verpissen von mir. Ich muss hier rüber, zack, zack, zack. Dann, warte mal. Besser wär's hier lang, so rüber, dann da rüber und dann hinten und dann rauf da. Okay. So. Wo ist das? Lager, wo ist das Lager? Hallo? Nö. Noch nöööööö. Der macht nur Irrit da oben, ne. Geht der jetzt runter oder nicht? Ach der Typ. Okay, geht er raus. Endlich geh rein. Scheiße. Kann ich hier pinnen? Schade. So, jetzt machen wir unseren Plan. Wir gehen hier lang. Hier hoch. Hier rüber. Und dann so. Dann hinterher. Wie sind die gewieft, ne? So. Dann. Icarus starten. Da schaut alles safe aus. Und dann müssen wir dahin. Okay. So. Dann. Dann. Okay. Wir müssen da rauf, ne? Groß. Der Striche ist da hinten. Ave Maria. Darüber. So. Und los. Hallo. Ich bin auf Besuch hier. Hast du ein paar Drachmen? Warte mal. Gib dir Brüder ein paar Drachmen. Ich muss nur da synchronisieren. Aber ruck und synchronisieren. Da fliegt der Icarus, ne? Darum fliegt der Geier. Von unten zieht man seine Eier. So. Wenn der jetzt da hochkommt, ne? Flüssig im Besen. Warte mal. Nochmal schauen. Das ist echt verpissen, ey. Das ist ein errichter Typ. Eine Schmiede. Ach, ach. Boah, der Popcorn da hinten wieder, ne? Pop, 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 pop. Da hinten ist ja noch ein Lager. Verdammt. Das ist das groß, die Stadt. Warte mal. Können wir das Viehchen nicht umbringen? Warte mal. So. Okay. Loco, loco. Da unten ist ein Typ mit Drachen, ne? Warte mal. Oh, we. Hoppala. Das war der falsche Zeitpunkt zum Runterspringen. Sieht ja noch alle auf Krawall aus. Ach, nö. Jetzt ist der Stricher da unten. Alter, ich mach den Fisch fertig. Warte mal. Schnauze. Loco, loco. So. Da kann ich nicht, okay? Ich finde dich. Ich will mein Geld. Du kriegst es nicht. Kommt darauf. Klar, kein Griff. Nee. Mit nicht die Fresserei. Da, dein Hündchen. Ist das alles, sagst du kein? Nö, nö. Das ist dein letzter Tag auf der Erde. Ei, ei, ei. Hattest du je eine Waffe in der Hand? Lass mich. Komm, heil dich doch, Mädel. Ah, jetzt. Komm, heil dich doch. Die blöde Katze da. Hoppala. Mann, ich will den Hund, oder Katze, oder was auch immer töten, jetzt, ne? Ist ja viel leichter dann. So. Jawohl, gleich bist du und Mause tot. So. Ach, nö. Geht doch nicht so blöd. Oh. Ah, jetzt. Ich muss dich nur töten. Nöte, da einsteig. Ach, das, 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 das. Du kennst weg. Oh. So, oina. Keine Pfeile mehr. Scheiße. Ja, ohne Pfeile ist es nicht so ganz sexy, ne? Ich brauche Pfeile. Wie kann ich Pfeile herstellen eigentlich? Neue Quest anzeigen. Äh. Mhm. So. Verstecken wir uns hier im Busch. Du da. Ja. Du bist eine gute Seele. Bezahlst du einem alten Mann seine nächste Mahlzeit? Beklar. Deine Seele scheint auch gut zu sein. Ich bin dankbar und demütig, Fremde. Verrate mir. Wie nennt man dich? Sabahuti. Äh. Die Gesandte des Zweis. Ja, genau. Ich bin Kassandra. Und du? Nur ein einfacher Bettler. Ich kam aus Persien, um die Schönheit der griechischen Welt zu sehen. Ich kann vieles tun, Perser, aber kein Augenlicht schenken. Das würde ich auch nicht wollen. Meine Blindheit ist eine Bürde, die die Götter mir auferlegten. Und ich trage sie. Was dann? Sei meine Augen. Als ich jung war, erzählte mir ein Athener die schönsten Geschichten über dein Land. Ich würde sie gerne noch einmal hören. Würdest du dir die Orte ansehen, die ich nicht sehen konnte, und dann zurückkehren, um mir von deinen Abenteuern zu erzählen? Ja. Ich bin keine gute Geschichtenerzählerin, aber ich werde für dich sehen. Ich wusste, ich habe Güte in dir gespürt. Du hast diesen alten Perser glücklich gemacht. Danke mir noch nicht. Welche Orte hattest du denn im Sinn? Ah, meine Lieblingsgeschichten waren die von Agro-Korinth, den Statuen von Zeus und Athena, dem Sitz des gepanzerten Vogels in Arkadien und natürlich das mysteriöse Taigethos-Gebirge. Hm, sonst noch mal wünsche. Also sag mir, was du über die Statue des Zeugs weißt. Ist sie bei uns zu Hause, ne? Ihr großer Blitz ist stets bereit, die Kephalenier unter ihr zu strafen. Oder so ähnlich. Sie ist bei uns in der Gegend, ne? Ich sag, Käferlenier, von der Statue des Zeus aus. Sag mir, ist es immer noch ein Ort großer Schönheit? Wollen wir sein Dings zerstören, sein Wildbild, oder? Die Bewohner sind die glücklichsten in der ganzen griechischen Welt. Sie singen und tanzen durch die Nacht mit satten Bäuchen und satten Herzen. Hm, das ist ganz anders, als es mir beschrieben wurde. Es hieß, dass die Insel zu den schönsten der Welt gehöre und die Bewohner zu den bedauernswertesten. Gut, ich habe dir erzählt, woran ich mich erinnere. Nun erzähle mir von dir. Was führt einen Perser hierher? Persien und die griechische Welt sind dazu verdammt, Gegensätze zu sein. Wenn hier Wohlstand herrscht, scheint Persien zu darben. Und führt ihr Krieg gegen euch selbst? Lebt Persien in Frieden? In der Tat. Mein Volk blühte auf, nachdem König Xerxes ermordet wurde. Alle, außer mir. Ein Mann wollte mich vergiften. So verlor ich mein Augenlicht. Ich floh und landete hier. Oh, es gibt ein Kopfgeld auf dich. Jetzt wird's interessant. Gab es, aber jetzt nicht mehr. Nun, erzähl noch eine Geschichte. Dann erzähle ich dir mehr von mir. Es gibt viele Statuen der Athena. Welche meinst du? In meiner Fantasie gibt es nur eine. Ihre Geschichte begann so. Als wir um die Hügel gingen, sahen wir Athen unter uns. Und Athena über uns, die unserem Blick standhielt. Wunderschön. Agro Korinth. Sag nichts. Das ist bestimmt in Korinth. Gut geraten. Dort steht der bekannteste Tempel der Aphrodite. Eure Göttin der schönsten Nebensache des Lebens. Was er meint denn damit? Du hast Taigettos Gebirge gesagt, oder? Es klingt, als würdest du den Ort kennen. Ich hörte von seinem Appetit. Es heißt, der Berg ernähre sich vom Leid der Spartaner. Deshalb bringen die Leute dort dem Berggott ihre eigenen Kinder als Opfer dar. Das ist... Das ist so nicht ganz richtig. Was ist deine Erinnerung an den Panzervogel in Arkadien? Eine Bestie aus Metall, die aus dem Berg herausragt und über den Seestümpferloss und die wogenden Felder blickt. Die sich wie ein goldenes Meer über ganz Arkadien erstrecken. Ich habe Geschichten für dich finden. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. Dieser Papyrus ist so alt. Könnte Temistokles das geschrieben haben? Nee, ich weiß nicht, ne? Aber... Da ist der Dings, da, da, da Stritzi. Tschurge. A Pluma da data. A Kuma da data. Pfeili erstellen. Okay, ich muss ein Border. Okay, warte mal. Wenn da. So. Okay, warte mal. So, nein. Äh. Inventar, äh, Kräcker. Ah, okay. So. Äh, neuer Bogen. So besser. Hm. So. Inventare. Neue Schuhe. Ah, okay. Seltener. Hm. Naja. Wir müssen... ...viele Dinge hier erledigen anscheinend. Ach, nö. Jetzt ist da noch einer. Ja, der Priam. Wo ist er? Ja, okay. Hm. Muss ich das Dorf jetzt auseinandernehmen? Ich weiß das nicht, oder? Wird er mir feindlich gesinnt? Keine Ahnung. Nehmen wir mal zusammen. Kann dir eine Söldnerin behilflich sein? Fremde? Eine Frau aus der Stadt versteckt einen Abtrünnigen. Was soll man nur mit solchen Verrätern und Feiglingen anstellen? Es ist menschlich, den Krieg zu fürchten. Lass ihnen ihren Frieden. Der Abtrünnige muss sterben. Dessen bin ich sicher. Aber die Frau? Es ist nicht an mir, über ihr Schicksal zu entscheiden. Der Befehlshaber der Athener sollte jedoch von diesem Verrat erfahren. Du willst, dass ich sie dem Athener Befehlshaber liefere? Ja, ist nicht schwer. Musst nur in einem Stück dort ankommen. Verlass dich auf mich. Ich danke dir, Söldnerin. Mögen die Mäuren dir hold sein. Warte mal. So. Jetzt gehen wir schnell Sachen verkaufen. Sehe ich gerade. Was genau suchst du? Zeug zum Verkaufen. Zeug zum Verkaufen. 80 nur. Ich brauche mehr Drachmen, Alter. Gib her. Können wir vielleicht aufrüsten. So. Tausender. Boah. Der Cash in der Dash läuft, ne? Okay. Kaufen. Gibt es da irgendwas interessantes an Materialien? So. Was ist denn das da für Zeug ab? Obsidian Glas. Was kann ich für dich tun? Kann man die Waffe aufpässern? Warte mal. Haben wir die ausgerüstet? Ja. Das geht, ne? So. Stufe 9. Das haben wir ausgerüstet. Aris. Das geht alles auf 60, ne? 200 Fälle. Boah, ey. Naja, das müssen wir fast machen. Aber das ist echt teuer, ne? Ja, billiger wird's nicht, ne? In der Zeit. Scheiß drauf. Müssen wir kaufen, ne? 800... Das ist also schwierig, ne? 43, 43, 43, 37. Boah. Hm. Tja. Stufe 9. Stu... Okay. So. Ja, es hilft nichts. Es wird alles teurer, ne? Fälle fällen, okay. Fälle fällen. Waste deutsch, ne? Hm. 400. Ne, scheiß drauf. Was setzen die da? Backseat Boys oder was? Habe ich schon erzählt, dass ich fast ein Auge verloren hätte. Ich wurde niedergeschlagen und war bewusstlos. Und als ich aufwachte, sitzt da eine Riesenkrähe und will mir das Auge ausbegeben. Wo bist denn du eigentlich? Warte mal. Ich wäre nicht rechtzeitig aufgewacht. Nein, ich brauche sie alle beide. Okay, wir können uns frei bewegen. Das ist schon mal gut, oder? Müssen wir da in die Bude rennen. Nur nicht erwischen lassen. So. So. Dann Icarus. Häuser. Nein. Okay. Ist hier nichts in der Nähe? Nein, der blimmelt noch immer da vorne rum. So. Nicht da rumschleichen so viel. Ach nö, ist der jetzt hinter mir her, schon. So. Ah. 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 Bude. Wuder. Wo ist er? Ah, da ist der Kopfgeldjäger. Oh, ist ein schönes Hündchen, was er gehabt hat vorhin. Ja. Okay, warte mal, Ika. Ja, da vorne gibt es sicher was. Okay. Taktaktaktaktakt. Ist echt schlimm hier, ne? Nach da hinten müssen wir, ne? Warte mal. Was ist da? Quest-Tafel oder so? Guck mal. Hm. Sonst haben wir hier nichts, ne? Warte. 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 Ja, dann machen wir das noch und dann beenden wir das Ganze, ne? Glaub ich. Das machen wir noch schnell. Bucke, Bucke. Bucke, Bucke. Bucke, Bucke. Super, super. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Aus des Anführers. Okay. Das ist, glaube ich, kritischer da drin, ne? Ich weiß nicht. Ich muss... Ich muss... Spazis. So. Wer sitzt am lokomst? Na na na... Batman... So. ach ne ich musste irgendwo raus müssen hier lang das ist glaube ich nicht so sexy, wenn wir hier rumstrawanzen so, Icarus ok Checker, Lager, Checker so, da rüber Entschuldigung so, cashen die Dash das wird gefackelt so, jetzt haben wir jetzt den müssen wir noch finden ok so, jetzt haben wir noch mal die Schatzkiste suchen, finden hm was ist denn das da ok da haben wir das Bein halt wieder vergessen wieder alles umsonst so so mal ruck so ja gerade ob ich da so das Rätsel haben wir auch ja und wir sehen uns bis nächste Mal tja 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 tja